Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in dem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Webseite mit eurem YouTube-Account verknüpft. Wozu braucht ihr das? Das ist ganz einfach. Wenn ihr eure Webseite in eurem Video einbauen wollt, z.B. in Anmerkungen oder in dem Abspann, so ist das erforderlich, dass YouTube mit eurer Webseite verknüpft ist. Erst dann ist diese Funktion nutzbar. Um diese Funktion einzurichten, geht ihr bitte folgendermaßen vor. Ihr begebt euch an eurem Rechner und öffnet euren Browser und wählt die Seite von YouTube an. Seid ihr im Moment noch nicht angemeldet, meldet ihr euch bitte jetzt bei Google mit euren Daten an. Seid ihr nun angemeldet, könnt ihr euch nun in euer YouTube-Studio begeben. Hier angekommen, schaut ihr auf die linke Seite des Bildschirms und klickt den Button Kanal. Unter dem Button Kanal findet ihr den Reiter erweitert. Klickt bitte darauf. Hier scrollt ihr nun ganz nach unten und hier ist es wichtig, dass euer Kanal eine saubere Weste hat und schon eine gewisse Anzahl an Abonnenten. Erst dann habt ihr diesen Punkt, nämlich den Punkt verknüpfte Webseite. Hier könnt ihr nun eure Webseite mit voller Adresse eintragen. Habt ihr eure Webseite eingetragen, klickt ihr bitte auf speichern. Nun habt ihr in etwa diesen Bildschirm, wie ich ihn auch habe. Jetzt müsst ihr eure Webseite bestätigen. Das macht ihr ganz einfach, indem ihr das Wort bestätigen sucht und klickt bitte darauf. Hier kommt ihr nun zu einer Download-Seite. Bitte bestätigt hier noch mal alles und ladet die Datei herunter. Diese Datei muss nun auf eure Webseite hochgeladen werden und zwar direkt in das Hauptverzeichnis. Verwendet hier bitte keine Unterverzeichnisse. Ich verwende hier zum Beispiel das Programm Feelzilla. Hiermit kann man schöne Dateien auf seine Webseite hochladen. Loggt euch bitte auf eurer Webseite ein und ladet nun die Datei hier hoch. Nach einiger Zeit wird in eurem YouTube-Kanal unter den Rider-Kanal erweitert eure Webseite als bestätigt, markiert und somit ist eure Webseite bestätigt und ihr könnt sie nun in euren Anmerkungen einfügen. Und noch eine wichtige Anmerkung. Lasst bitte diese Datei natürlich auf eurer Webseite. Diese wird von Google YouTube benötigt, um eure Webseite weiterhin zu verifizieren. So und damit komme ich dann auch zum Ende meines Videos. Hat euch das Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr an meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert einfach hier meinen Kanal oder besucht unsere YouTube Help Heroes Playlist. Auf dieser Playlist werden regelmäßig interessante neue Videos zum Thema YouTube veröffentlicht. Ich sage damit Tschüss bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.